Hehehe Hi Leute, this is Mac Manious Ja und ich habe hier mal ein kleines Spiel ausgekramt für euch A very British game for gentlemen Und zwar Keep calm and make a tea Ja Ampo Tea heißt das ganze äh heißt das gute Spiel Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung Und was sollen wir machen? Einen Tee Why the fuck is the music so loud? Alright So dazu brauchen wir als allererstes erstmal A cup Ja man muss ziemlich vorsichtig sein mit diesem Roboterarm Weil der ist sehr empfindlich Ich fand das Oh, oh, no, 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 no Und wir müssen auch echt vorsichtig sein mit diesem Mit diesem Regal hier Fuck you Neustart Slow 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 Fuck So Ja haben wir schon mal unsere Tasse Wenn die Schwierigkeit da drin besteht sage ich euch gleich hier so einen Teebeutel zu schnappen Okay Okay Next one And Please close the hand Why did he not close the Close the hand Fuck you bitch I'm a British gentleman I'm Don't say words like Fuck you Or Please Oh Bitch Wir brauchen sehr viel Geduld Slow 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 Fuck you Bitch Fuck 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 you all We start We want this Cup Alright Alright That looks so great And close the figures Ich muss aufpassen wenn ich in solchen extremen Konzentrationsphasen bin dann neige ich immer dazu meine Zunge raus zu strecken Toll No 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 Nein, nein, nein. Alright, 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 alright. Yeah, yeah, yes, yes, no, no, no. FUCK YOU. Not forget, I'm a gentleman. Corrupt you, corrupt you with the finger. Fuck yeah, man. So, wir müssen jetzt nur noch den Knopf drücken. Drehen, 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 drehen. Aber unsere Tasse muss noch ein kleines bisschen hin da. OHHHHHHHHHHHHHH NOO! NOOOO, FUCK YOU! Off-bitch and bitch Robo-Arm. Go up. What did this robo-Arm do? I think it makes a hand chop. That's a hand chop. Reset. We make a tea I have the Cup whoops, I'm so sorry Yes, there is the tea all right there comes the tea There is the cup that's the cup No, 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 no fuck you fuck you fuck you Tea fuck this tea this tea is fuck Hing me every time I do it again Slowly slow 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 All right That's too easy for me. What is that? Yeah, yes Yes, there is the button and we push him Thank you for the water. Thank you. Thank you for the water. Yeah Thank you for the water hot water. I love hot water Yes, thank you for the water. Yeah, and there is the tea We need milk Okay Go to the milk Wer tut eigentlich Milch in seinen tea? A British gentleman I go with my cup to the water No, 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 no to the milk. What is the fucking problem? What is Fuck this fucking tea Fuck all this tea I'm not a gentleman and I hate tea Fuck this tea Sorry Leute, aber In diesem Arm steckt ein Dämon Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da Wenn ihr einmal auf meinem Kanal seid Fügt das Video zu euren Favoriten hinzu Helft mir einfach ein bisschen bekannter zu werden Werdet Bros In der Community Ich muss ganz ehrlich sagen Das ist sehr Professionell Hier gibt es keine Pro Spectre, wenn ihr abonniert Und auch kein Pro Nur Contra So, nein Natürlich Quatsch Lasst mir ein Abo da Und ja, ansonsten Wir sehen uns im nächsten Part High Five Und ja, ansen Und ja, ansen Und ja, ansen Und ja, ansen Und ja, ansen